Name List fiel ja vorhin schon mal und das habe ich so als Anregung genommen, dafür so verschiedene Komponisten und Musiker mal in ein Vers zu bringen. Also, er nahm sie beim Händel, schenkt dir einen Strauß, führte sie über den Bach und legte sie ins Mostat, verbramste ihr einen mit List. Dann kamen die kleinen Mäntelsöhnchen und sie wussten nicht, wohin damit.